Ich habe mir gedacht, ich mache heute mal ein kurzes Video und nehme euch mit zu einem Fotospot bzw. eine Bildidee von mir. Und zwar geht es um folgendes. Da ist mein Motiv. Ein Baum halt. So nicht irgendein Baum, sondern ist ein alleinstehender Baum auf einem Hügel, wo die Sonne genau hinten dran untergeht. Ich weiß nicht, ob man es hier sieht. Und das Ganze werde ich jetzt mit einem Teleobjektiv aufnehmen. Ich habe das 100 bis 400 dabei und will dann durch die Hintergrundkomprimierung von dem Teleobjektiv quasi die Sonne zu einem Riesenball machen. Oder was heißt ein Riesenball? Zu einem großen Ball. Und im Vordergrund ist dann einfach dieser Baum. Vielleicht laufe ich auch noch zu diesem Baum und setze mich dann dahin, quasi so als Silhouette. Danach fahre ich zu einem anderen Spot, wo ich aber auch noch nicht war und hoffe, dann das gleiche Bild machen zu können mit dem aufgehenden Vollmond. Das ist heute nämlich um kurz nach neun. Sprich, es ist noch nicht ganz so dunkel. Und ich glaube, das könnte ganz cool aussehen. Mal abwarten. Ja, wie gesagt, das soll gar nicht so ein Riesenvideo werden. Ich nehme euch einfach mal mit und wünsche euch jetzt. Viel Spaß. So. Das war ziemlich cool. Also es war ein wunderbarer Sonnenuntergang. Und ja, im Endeffekt habe ich irgendwie doch dann. So, jetzt muss ich mal heller machen hier. So, schwupp. So was hier gemacht. Ja, das fand ich eigentlich ganz cool. War ein bisschen fummelig. Aber ja, das erste Bild ist schon mal drin. Ich habe natürlich auch welche gemacht, nur vom Sonnenuntergang. Ohne mich jetzt. Aber das hier fand ich eigentlich ganz witzig. Ja, dann zeige ich euch jetzt noch die Bilder, die entstanden sind. Und wünsche euch noch viel Spaß beim weiteren Video. Mal sehen, was das mit dem Mond noch geht. So, viel erkennt man jetzt nicht. Aber. Tada. So sieht das Ganze hier aus. Jo. Echt cool. Hat genau so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Megamäßig. Na ja, dann jetzt noch viel Spaß mit den Bildern. Und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. So, jetzt melde ich mich doch nochmal. Und zwar wollte ich noch eine Sache loswerden. Ich habe jetzt gerade an dem Baum da draußen gestanden, den ihr auch auf dem Bild seht. Ich habe mir einfach mal bestimmt 20 Minuten einfach nur diesen Mond angeguckt. Und ich finde, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man nicht nur fotografiert, um zu fotografieren, also um abzuliefern quasi, sondern einfach auch mal den Moment genießt. Weil gerade das ist es an der Landschaftsfotografie und der Fotografie an sich, was ich so geil finde einfach. Man kommt auf Ideen, wie jetzt zum Beispiel hier mitten unter der Woche. Ich muss morgen mega früh arbeiten. Aber es ist mir einfach egal. Ich fahre hier bis 10 Uhr, 11 Uhr abends, fahre ich hier rum, um den Mond zu fotografieren. Aber ich habe nachher ein geiles Foto und eine coole Erinnerung, weil das ist einfach phänomenal gewesen. Und auch einfach dieses Naturphänomen an sich, sich einfach mal zu geben und hier oben abzuspeichern, das ist, finde ich, ganz wichtig und wird oft übersehen, was ich so von Freunden mitbekomme und so. Dass halt einfach nur noch fotografiert wird, für auf Insta hochzuladen. Ich werde dieses Bild auch auf Insta hochladen. Aber darum geht es nicht, sondern einfach mal die Sache zu genießen und auch mal wertzuschätzen. Und in diesem Sinne viel Spaß mit eurer Fotografie und nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao.